Gerrit Sebald für uns im Deutschen Bundestag. Gerrit, also nochmal eine sehr klare Absage des Kanzlers an Taurus-Lieferungen, ob direkt oder indirekt über einen Ringtausch. Aber befriedet das jetzt die ja wirklich große Diskussion auch innerhalb der Ampelregierung? Ja, meiner Meinung nach glaube ich nicht, dass das die Diskussion befriedet. Aber wir können ja mal einen fragen, einen der größten Kritiker innerhalb der Ampel-Koalition von Olaf Scholz und seiner Position. Anton Hofreiter, der ist nämlich bei mir hier im Bundestag. Fragen wir doch einfach mal direkt nach. Herr Hofreiter, Sie haben ja am Sonntag schon gesagt, Sie überlegen noch, ob Sie vielleicht sogar mit der Union für die Taurus-Lieferung, also gegen die Koalition, stimmen. Sind Sie mittlerweile zu einem Ergebnis gekommen? Der Kanzler hat sich ja gestern nochmal sehr deutlich geäußert. Können Sie sich jetzt auch so deutlich äußern, wie Sie abstimmen werden? Für mich ist das weiter eine Überlegungsfrage. Aber ich werde mich heute im Laufe des Tages äußern, wie ich abstimmen werde. Aber für mich ist, wie gesagt, die inhaltliche Frage sehr, sehr klar. Wir müssen die Ukraine stärker unterstützen, weil es in unserem eigenen Interesse, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, nämlich Putin. Wenn wir ihn diesen Krieg gewinnen lassen, wird weiter eskalieren und weitere Länder angreifen. Und meine große Sorge ist, dass mit zu schwacher Unterstützung der Ukraine wir diesen Krieg am Ende zulassen, dass er eskaliert. Sie sind ja auch nicht der einzige Kritiker dieser Position, nicht der einzige, der geäußert hat, dass man vielleicht sogar mit der Union abstimmen will. Wie ist die Stimmung in der Koalition? Kann es sein, dass der Kanzler da vielleicht sogar gegen eine Mehrheit innerhalb seiner eigenen Regierungskoalition entscheidet und handelt? Ich würde sagen, dass der Kanzler sehr eindeutig gegen eine Mehrheit im Bundestag und selbst in der Regierungskoalition handelt. Nämlich es gibt bereits einen Antrag im Deutschen Bundestag, den wir zur Ukraine beschlossen haben. Und da geht es darum, dass zum Beispiel festgehalten wird, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss. Der Kanzler weigert sich, das bisher zu äußern. Und ich habe die Erwartung des Kanzlers, dass er sich an die Beschlüsse des Deutschen Bundestags hält. Bis jetzt tut er das bei der Ukraine nicht. Sie haben ja gestern in einem, ich sag mal, bemerkenswerten Gastbeitrag in der FAZ zusammen mit Norbert Röttgen auch gesagt, die Begründungen des Kanzlers gegen den Taurus seien rechtlich und faktisch falsch. Jetzt sagt der Kanzler aber, ja, er will ja nur die Kontrolle behalten, wofür die Ukraine den Taurus, sagen wir mal, hinschießt. Und da hat er ja dann recht, dass es dafür eigentlich deutsche Soldaten bräuchte. Nein, auch dafür braucht es keine deutschen Soldaten, weil dieser Marschflugkörper technisch extrem modern ist. Und man kann ihn vor der Auslieferung so gestalten, man nennt das Geofencing, dass nur bestimmte Gebiete überhaupt einprogrammiert werden können als Ziele. Und man könnte zum Beispiel das ganze russische Territorium ausschließen, sodass er nur in den besetzten Gebieten und nur in den von Russland besetzten Gebieten einschlagen kann. Das kann diese Waffe. Also Sie sagen, die Argumente des Kanzlers, die stimmen alle nicht. Was ist denn Ihre Interpretation, warum der Kanzler trotzdem so vehement gegen die Lieferung vom Taurus ist? Das ist etwas, wo man am Ende den Kanzler fragen muss, nämlich er hat sozusagen kein technisch stichhaltiges Argument. Und meine Sorge ist, dass der Kanzler immer noch glaubt, mit Putin auf Augenhöhe verhandeln zu können und dabei völlig falsch einschätzt, dass Putin ein skrupelloser Diktator ist, der, wenn man Schwäche zeigt, immer weitergeht und eben genau dann nicht verhandelt. Ich glaube, wir brauchen dringend Verhandlungen. Wir müssen so schnell wie möglich dafür sorgen, dass dieser Krieg zu einem Ende kommt. Aber das erreichen wir nicht, indem wir Schwäche zeigen, sondern indem wir Stärke zeigen. Aber man kann ja auch sagen, dass der Kanzler vielleicht hier einfach den Willen der Bevölkerung vertritt, weil da ist ja die Mehrheit tatsächlich auch gegen die Lieferung des Taurus. Vielleicht will er einfach keine Angst schüren. Vielleicht hat er ja tatsächlich auch die Befürchtung, dass Putin eskalieren könnte. Man kann ja auch interpretieren, dass er hier einfach den Willen auch der Mehrheit der Bevölkerung vertritt. Ich glaube, als verantwortungsvoller Regierungschef muss man das tun, was einem in dem Fall nahezu alle Experten sagen, alle Beteiligten, die näher dran sind. Und das ist, was auch die Geschichte und die Lebenspraxis zeigt. Einem Diktator begegnet man nicht mit Appeasement, sondern einem Diktator begegnet man mit Stärke. Erst dann erreicht man den Frieden. Herr Hofreiter, vielen Dank für dieses Interview. Ja, und wir haben es gehört, Anton Hofreiter hat sich jetzt noch nicht entschieden, ob er am Donnerstag vielleicht sogar mit dem Unionsanstrag für den Taurus stimmen wird. Das heißt, es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Abgeordneten der Ampel dann da ja auch an die Fraktions- und Koalitionsdisziplin halten oder ihre eigenen Wege gehen. Aber zumindest rhetorisch war Anton Hofreiter ja eben bei dir im Gespräch mehr als klar, was den Druck in Richtung Kanzler bei der Taurus-Frage angeht. Gerrit, deswegen vielen Dank für dieses Interview. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.